Ja, halli, hallüchen Leute, willkommen zum dritten Part von The Legend of Zelda, The Wind Waker, how do you? Ja, im letzten Part haben wir auf dem Schiff hier aufgehört, nachdem wir herausgefunden haben, dass unsere Schwester halt weg ist. Die wurde halt von dem Maskenkönig entführt und ich habe übrigens was Neues herausgefunden gerade. Ich habe, wenn ich hier mal reingucke, ich habe die verdammte Fotobox schon. Ich habe euch immer überlegt, wie man den Maskenkönig da jetzt bekommt. Und, ähm, so kriegen wir den halt. Ich muss nur gucken. Guck und durchdrücken von ZR die Album noch auf. Okay, das... Das ist die Sufuzur. ZR? Das ist so. Ach so. Ah, okay. Ah, okay. Gut, da haben wir die Bilder. Äh, die mir... die Mühwässer steht nicht mehr zur Verfügung. Ja, das ist auch eine Sache, die nicht mehr existiert, aber ich muss gerade gucken, wie kann ich die Blaschen? Äh... Ja, ist ja gut. Ich habe hier schon verstanden, dass man die... Ja, möchte ich. Okay. X. Alles klar. Ähm, ja. Wir können jetzt ein paar Fotos machen. Das würde ich auch im Spiel empfehlen eigentlich, aber wir können noch nicht zu dem Typen hin, der das macht. Deswegen werde ich mir nur ein Bild machen. Und das ist nämlich die von dem Maskenkönig. Äh, beziehungsweise von den Endbossen allgemein. Weil die Endböße kann man im Prinzip eigentlich immer nur einmal machen. Ich meine, das zählt aber für so gut wie alle. Äh, ja, das werde ich was machen. Ähm, Kleider, du störst. Äh, ich höre sofort wieder runter mit dir. Ich finde, so sollte er immer sprechen. Ja gut, ähm, wir wollen auf jeden Fall runter. Also, es geht jetzt... Okay, man kann das so machen. Wir wollen natürlich keinen großen Schaden nehmen. Ich glaube, Tetra wird uns aussagen, was wir tun können in der Zeit. Link, darf hier nicht so planen, dass rum? Du bin das nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag dir, was du tun kannst. Ja, Nico, den werden wir jetzt ein bisschen kennenlernen. Was sagt denn der Schuss, Mann? Ich möchte mir das alles mal hier ein bisschen anhören. Ich meine, das mache ich sonst nie. Äh, ja, hartstreber und auf nach Norden. Wenn du hier rumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeitskonto zentrieren. Zieh leider, Kleiner. Ja, also solltest du nicht unter Deck zu Nico gehen. Äh, solltest du nicht drunter gehen. Ja, ich habe den eben tiefer gesprochen. Tut mir leid. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz und in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Ja, ja. Nico scheint gar nicht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Karte ist. Als dein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen. Genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, wird es schon nicht so schlimm werden. Genau. Kann es sein, dass wir im hellen Modus sowieso das Gewand nicht kriegen? Kann das angehen? Ich muss gerade tatsächlich überlegen. Hey, dein Name war doch Link, oder? Hehe. Komisches Gewand hast du da an. Ist das auf der Insel gerade der letzte Schreibe oder was? Ähm, hm. Aber irgendwie können nicht dieses Gewand doch... Meinst du das wunderhübsche Gewand, das ich da nicht anhabe? Geht das in der hellen Modus nicht? Das kann natürlich gut angehen, nicht? Oh. Dass man im hellen Modus halt nur das normale Gewand hat. Ich bin da nicht sicher. Könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr das wisst. Ha. Spannend. Äh. Ha. Rubin. Ja, schön. Und... Das sind sehr komische Säbel, muss ich ja gestehen, nicht? So gerade. Warum sind die so gerade? Säbel sind doch normalerweise krumm. Ha. Spannend. Hallo. Hallo. Nicht so forsch. Das hier ist Captain Tetris Kajut. Ja, das geht doch nicht so. Äh. Jetzt flieh doch da nur alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde hier überhaupt kein Zusehen haben. Tja, so ist das. Ja, das Problem ist, ähm, da sind wahrscheinlich Unterwäsche drin. Deswegen will Tetris nicht, dass wir da reingehen. Ähm. Moment. Kann ich die... Kann ich die da runterholen? Ich glaube ja, oder? Ja, Rubine. Oh. Noch mehr. Ja. Okay. Das sind Säbel. Aber der Griff ist anders. Ha. Ich... Keine Ahnung. Hallöchen. Hey, naja. Ich bin, ähm... Ich bin, äh... Ab heute sind die Obermatrose. Kapiert? Also, hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sich das für einen neuen Käpt'n gehört. Äh. Für den neuen gehört. Kapiert? Also, sieh... Sieh mir genau zu, wie ich's mache. Und schau dir tüchtig was ab. Kapiert? Kapiert, kapiert, kapiert. Okay, das ist ein kleines Jobmann, was wir jetzt gleich machen müssen. Ähm. Selbstverständlich ist du den Schalter. Ja. Stell dich einfach davor und bewege L nach oben, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Ja, ich hab's lange mal kapiert, mein Kumpel. Und dann gehen wir die Schalter hoch. Äh, die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Kapiert? Genau, jetzt springt er halt los und dann müssen wir das auch machen gleich. Äh, dann musst du auf die Plattform von dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. YouTube-Tutorials mit Nico. Wenn du das einspringst, kannst du dich an den Fässern und mit Hilfe von L kannst du schwingen. Und wenn du, ah, loslässt, drückst, lässt du los. Das ist doch eine tolle Sache. Heppa. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht je wie oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Ja, hab ich schon kapiert, mein Freund. Okay, das heißt, wir müssen da jetzt rüber zu Nico. Bist du hier, äh, bist du hier geschafft? Brauchst du mindestens ein Jahr Übung nachher, wenn du so schneller schaffst, soll ich dich wohl loben. Also häng dich verdammt nochmal rein. Ja gut, ähm, Leute. Äh, ja, das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, dass ich mich tatsächlich nicht blamiere. Aber erstmal möchte ich das Ganze einmal resetten, weil der wird sich nämlich gleich, äh, wie er schon meinte, das ist ein bisschen zeitlich begrenzt. Äh, ja, gut. Ich hoffe tatsächlich, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere. Normalerweise ist es halt nicht unbedingt schwer. Ich beiß wenn ich, glaube ich... Hopp, 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 hopp. Hoi, na? Was, du hast das so schnell geschafft? Ne, ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose wie ich es bin. Tja, ich will wie Tetra werden, nicht wie du. Naja, Nico ist eigentlich ganz cool. Äh, ob ich... Ob ich ihnen das mal einfach so geben kann? Ach, was? Wird schon passen. Also, die Schatzkarte drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Hm. Vorhin, wer braucht so eine Schatzkammer mit so einem Jam-1 davor? Oh nein, ich hab eine Nachricht gekriegt. Naja. Natürlich hab ich das jetzt... Natürlich, das hab ich jetzt nicht gerade gemacht. Na gut, dann machen wir es halt nochmal, Leute. Ist das jetzt immer noch zeitig begrenzt? Ich glaube, ja. Moment, irgendwie sollten wir nochmal eben... Hopp. Nio. Ich will natürlich die Schatzkarte dahin haben. Es war ja jetzt natürlich sehr, sehr, sehr peinlich, was ich da gerade gemacht hab. Gut, das heißt, wir müssen halt einfach jetzt nochmal rüber. Zack. 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 Und rüber da. So. Und nochmal. So. Dann wollen wir nochmal gucken, was in der Schatzkarte ist. Außer eine sicke Animation. Das ist ein... Eine Beuteltasche. Eine Beuteltasche, in die du im... Sämtliche... In Kampf erworbene Items halt reinpacken kannst. Gibt halt insgesamt acht Arten davon. Und... Hey Link, wir sind bei der vorausstehenden Bastion angekommen. Komm sofort drauf. Okay. Gut. Ähm. Jetzt können wir halt diverse Sachen machen. Das kann ich... Nee, ich glaub, hier war noch nichts. Ach ja. Ach nee. Ich wollte ihr doch heute noch so viel beibringen. Naja. Ein andermal. Sobald du mit deiner Sache fällig bist, komm einfach wieder bei mir vorbei. Klar? Nee, eigentlich bringt dir danach nichts mehr. Das ist nicht ganz so sinnvoll, dann nochmal hinzugehen. Gut, dann wollen wir nochmal wieder nach oben. Und... Zu... Tetra Park. Gut. Äh. Na gut, da will ich nicht reinrennen in das Event. Gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Aus dem... Aus dem kleinen Raum hier. Okay, dann... Hey Link, hier bin ich. Okay, dann gehen wir auch mal nach oben, ne? Würde ich sagen. Ah, okay, man sitzt ja schon. Aber wir sind ein bisschen versteckt. Dahinter ist auch schon der Masken... äh, Maskenkönig. Der sitzt da oben ein bisschen auf seinem... Seinen tollen Thron. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ich bin... Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist die verwünschte Bastion. Früher war das hier nur der Unterschrift einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ja, das sind die Freunden von meiner Schwester. Die Verrätung. Ich würde mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns auch noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land gesetzen. Hm. Wie stellen wir das sowohl am schlauesten an? Hm. Oh. Hihi. Ich hab ne Idee. What? Ah, diese Zähne. Der macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Pommes muss man bei solchen Unternehmen eben mitbringen. So ist das halt. Damals ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist das alles bereit? Lass ihn auch nicht durch den Laufsau. Also, ich werde den Flug nach Vorschrift sehen. Drei. Zwei. Eins. Links mimik. Ist doch episch. Ich liebe den Cell-Chain-Duckdorf. Das... Bye-bye. Aua. Ah, jetzt ist mein Schwert weg. Das ist doch toll. Klatsch. Klatsch. Hm. Verwunschene Bastion. Ja, Leute. Das heißt für uns, wir wollen da rein. Und, äh, sowas von wollen wir da rein. So ungefähr die Hälfte... Äh, ich bin schon wieder das Mann. Okay. Ähm. Oh nein, das Schwert. Tut mir leid, also wir... Haben wir wohl etwas daneben gezielt. Haha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir gefunden, heimlich zugesteckt habe, und das ist nicht einfach, bloß irgendein Stein. Mit deiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in deiner Statusmenü getan, dass du findest, wenn du, ähm, alte Menü nach links auswählst. Äh, nach rechts. Verzeihung, oder? Aber du gibst mir ihn schön... Äh, du gibst ihn mir schön brav wieder, also weil du deine Schwester gerettet hast. Also verlieh ihn bloß nicht. Da mal los. Frisch ans Werk. Aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. Okay. Ähm. Ja. Äh. Äh, bop. Gut. Äh. 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 Äh, 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 äh. Ich weiß gar nicht, ja, doch, wir können es. Gut, ich will die Rubine aber alle haben. Ich bin da ein bisschen eigen, Leute. Es ist halt, wenn ich hier Rubine sehe und die mir so vor der Nase liegen, dann will ich die natürlich haben. Meine ist ja klar, nicht? Ich glaube aber, ich weiß gar nicht, wie das lief mit denen. Sehen die Scheinwerfer das? Ich glaube, die sehen das nur, wenn ich mich bewege. Also wenn ich jetzt quasi sagen würde, okay, ich brauche es gar nicht. Alles klar. Ähm. Ah, ein bisschen davon, okay. Ein bisschen shiny, shiny. Da würden wir auch rauskommen, aber wir können auch erst mal da lang. Oh, das ist gar kein, die versteckt ist. Ist da auch ein Jahrespray? Oh nein! Oh nein! Hat meine Rubine geklaut. Okay. Ist das hier eins? Ich glaube hier auch nicht. Ja. Okay. Sind scheinbar nicht alle dafür da? Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Nein. 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 Ich bin, ich habe ein bisschen zu viel gewagt, glaube ich. Bitte mach nichts. Danke. Vielen Dank. Okay, ich glaube, das ist immer mit dem Lichtlevel verbunden. Also der hat ja so ein Lichtlevel unter sich. Und genau damit können wir halt, ähm, ausweichen. Ähm, dem, beziehungsweise dem müssen wir ausweichen, sagen wir es so. Da oben sind ein paar, ähm, Federmausis. Die dürfen da auch gerne nochmal ein bisschen hängen bleiben. Ist hier unten noch irgendwas? Ne, da kommen wir nur, nur runter. Ja. Äh, jetzt haben wir da hinten wieder wahrscheinlich einen, das ist hier eins. Nein. Nein, 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 das ist keins. Okay, dann ist da hinten das hier. Das müsste eins sein. Ja, sowas von. Du, 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 du. Na, dreh dich weg. Na los, Brudi. Mach, mach, mach nicht den. So, tschüss. Tschüss. Bye, bye. Nett dich gekannt zu haben. Und ne Maus. Hallo, Maus. Aua. Das ist, ja, das ist auch unfass. Weil ich null teste, Leute. Das war nicht geplant. Ähm, so. Jetzt haben wir hier... Oh, oh. Oh, oh. Laser. Laser. Gut. Badabababab. Zeh, Trubine. Ach, das hat sich jetzt aber gelohnt. Gut, dann gehen wir hier mal hoch. Scheint wohl nur kurz einmal zu aktivieren. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, hier war ein bisschen was rum. Kann man noch irgendwas... Ne, ich glaube, mehr kann man hier auch nicht kriegen. Aber hier kann man... Zack machen. Und da gibt es nochmal fünf Rufine für. Und hier geht es nochmal weiter hoch. Alles klar. Dann haben wir hier... Ah, ich weiß gar nicht, was da unten war. Ich glaube, da kann man einfach nur raus. Äh, hier könnte man noch weiter. Und da hinten kann man noch weiter. Ich gucke mir das mal hier ein bisschen an. Komme ich hier raus? Das ist... Okay. Link, hör mir zu. Wenn du die Leiter heraufzählt hast, erwarten dich da oben der Unhold, der dieses Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingt, hältst du damit vielleicht die Schweinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer dein Schild hast du nächstes, um dich zu überstellen. Also an deiner Stelle würde ich mit deinem Schild der Angriff dieser Schurken abwehren. Und wenn er seine Waffe verliert, liest du schnell dich drücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Ja, das ist nämlich ein geiles Feature in diesem Spiel. Es gibt nämlich die Möglichkeit, diverse Waffen zu bekommen. Das ist das erste Mal tatsächlich ein Rundraker passiert. Ähm, das haben sie halt später übernommen und ich glaube, Birth to Ride ist das Spiel, was denn halt komplett dieses Feature hat. Ähm, man kann aber hier auch durchaus das hier nehmen. Und ich glaube, man kann sogar die Vase auf die Raufballern. Äh, hi! Na du? Ja gut, dann kann man nämlich die deaktivieren. Genau. Und da wir... So. Zack. Nein, ich hab mich... Ich hab's geworfen. Nein! Nein! Link! Nein! Komm schon! Okay. Link, was machst du denn da? Ich kann nicht... Okay, also kann ich Schild nehmen. Ah, danke. Okay, er hat sich mal nicht geworfen. Oh Mann. Ich hab natürlich jedes Mal ein bisschen Muffen raus, wenn er... wenn er getroffen wird, weil ich halt immer nicht ganz genau weiß, wie viel Schaden die jeweiligen Gegner machen. Also ist ein bisschen problematisch noch. Ich weiß zum Beispiel, diese großen Bobblins, die sollten wir eventuell nicht anreifen lassen, weil die nämlich noch relativ fies sind, was das angeht. Aber wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir schalten hier oben die ganzen Gegner aus, sobald wir es halt können. Nun, 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 nun. Na, nimm das. Es ist leider nicht so mächtig wie der Deko stark zum Beispiel. Na, der war ja relativ mächtig, der mit dem Letzten of Zelda. Äh, habs... Ne... Ja, gut. Äh... Ja, gut, dann haben wir also auch deaktiviert. So, wo kommen wir denn jetzt ran? Dann, den müssen wir auch eigentlich theoretisch rankommen. Ähm... Ist auch, glaube ich... Den haben wir... Ist auch der Letzte. Das heißt, ich kann da, meine ich, hier hinten lang. Wenn wir die Tür benutzen. Ähm... Ja, ich will da nicht runter, John. Das ist hier an der Seite noch eine Leiter gewesen. Nö, das ist nicht. Okay. Ähm... Aber da ist eine Tür. Mit der Tür werden wir wahrscheinlich da hinkommen. Schauen wir uns das mal eben an. Es ist auch schon fast Zeit, eigentlich wieder den Part zu beenden. Aber eigentlich will ich das immerhin machen. Ja, gut, da sollten wir eigentlich da mit hinkommen. Mit diesen... Wunderschönen... Sprungpassage hier. Ähm... So. Na gut, ich mach die verwunschende Position, glaube ich, heute in meinem Part. Äh... Ich weiß gar nicht, wie ich da ran komme. Gut, wir kommen halt immer ein bisschen stückchenweise hier weiter hoch, nicht? Aber ich will da auch gar nicht hin. Ja, diese Animation nervt mich langsam ein bisschen. Kann das mal aufhören? Ich will ja auch nur da hoch. Okay, hier komme ich tatsächlich nicht weiter. Ich habe auch mein Schwert noch gar nicht. Äh... Epsa. Mist. Shit. Da komme ich hier endlich raus. Okay, es ist, glaube ich, ein Kreis dem gewesen. Aber hier komme ich so durch. Hier sind keine Gegner. Was ist hier hinten? Ah, das ist der... Ah, ich habe auch kein Schwert. Lasst mich in Frieden. Lasst mich alle in Frieden. Nein, ich bin nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Oh, oh. Ach, hier bin ich. Ach so. Ach so. Glaube ich. Oder... Ich dachte, es ist hier. Hier will ich gar nicht hin. Beziehungsweise ich will hier gar nicht weiter. Sagen wir es so. Ähm... Das ist nämlich, glaube ich, die Stelle, wo wir eben schon waren. Ja, Leute, das geht mir eigentlich ja gerade ein bisschen zu lang. Oh, fuck. Nein! Shit. Mist. Mist, Mist, Mist. Aua. Du, ein Ärger auch. Aber kriegt man hier nicht irgendwas? Ja, Leute, ich... Ja, da oben seht ihr schon den Ausgang. Aber, Leute, ich würde sagen, das wird eine kleine Pause... äh, kleine Pause würdig. Ich hoffe, der Part euch soweit gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play The Legend of Zelda Windracker. Bis dann und bye-bye.